...mehr dort sogar, Alter. Wie auf meiner guten Xbox. Ende vom Lied ist, ihr Süßen. Wir starten dann mal die Mission und gehen uns jetzt hin. Come on, Hank. Wie heißt die Missgeburt? Rattalos! Rattalos! Dankeschön! In der Arena ficken, ey. Das ist doch eine Ansage. Auf geht's, ihr Terroristen. Basti haben wir jetzt auch mit am Start, Alter. Vierer Strot zusammen, ey. Kann ja nicht viel schief gehen. Außer das pure Chaos ausbrechen und die Hölle. Das kommt dann spätestens beim Diabolos, ne? Kann ich ja überhaupt nicht leiden, das Ding. Ja. Alter, ich bin gespannt auf deine Rüstung, Alter. Was? Fuck off, ey. Das geht ja gar nicht. Was hast du für einen Rüstungswert, Digga, Alter? Ich? Ja, wenn du Start drückst, Verteidigung, ey. Ich bin auf 315. 315! Ficke, ey. Ich bin auf 181, Mann. Vorhin war ich wenigstens Mittelmaß. Jetzt hat Hank aufgeholt, das finde ich nicht gut, ey. Hank, muss ich noch mal eine andere Rüstung anziehen, ey. Ich liebe aber meine Legania-Rüstung, Alter, mit dem Helm hier. Das hat so'n Style, ey. Ja, aber da gibt's ja später noch bei Highwender eine bessere Legania. Ja, absolut. Sieht die, dass die Pukki-Pukki-Rüstung dann auch noch mal anders aussieht, wenn du den High-Level-Dingen zerplatt machst, finde ich ja auch richtig gut, ey. Erwart jetzt auch nicht die größte Veränderung, aber dass man das allgemein am Sehen noch ist, finde ich richtig cool. Ja. Es gibt zwar unterschiedliche sogar, welche mit Slots, wo du Slots reinbauen kannst und welche ohne Slots. Die haben dann andere... Interessant. Von den Slots weiß ich ja selbst noch nicht mal was. Da haben wir die Bestie, ey. Fuck off, man. Ich versuch den direkt mal. Oh, damn it. Will einfach nicht mehr so hinhauen. Oh mein Gott, ich kann den nicht leiden. Oh mein Gott. Der ist geil auf mich, der Hurensohn. Genau, geh unseren High-Level-Spaß-Jagen-Hilfe. Wer läuft hier so lang auch auf der Flucht, Hunky? So, ich muss weg. Sie hat erstmal ein paar Ballistas geschnappt. Das mache ich, glaube ich, auch jetzt, ey. Fick die Henne. Ich bin gerade etwas eingeschüchtert vom direkten Nahkampf. Hunkylein, das fand er nicht so cool, war? Nee, nee. Guck mal an die Arena, guck mal an die Arena hier. Lock dir mal bitte jemanden, dann kann ich die Kacke, kann ich die in den Hebel hier betätigen. Ja, das ist eine Ansage. Kein, warte, ich geh mal gucken, ob das schon reicht. Noch ein bisschen rüber, jetzt, BÄM! Sehr schön. Direkt auf die Biade, Alter, der Spaß. Und nochmal draufhämmern, das ist so geil. Die Bastel eben haben wir den Drachenschlauch verpasst. Was hast du denn gemacht? Wir haben dem Legiare, den Drachenschlauch verpasst, die in der Arena. Ja, absolut, ey. Das kriegen wir vielleicht beim Rathian sogar auch noch hin. Ja, Rathalos, du. Rathalos. Rathian ist seine Freundin. Das ist sein kleiner Bruder, ey. Den in den zweitlösen Spaß hat, Alter. Schade, dass es keine Rathalos Sevis dann gibt, ey. Jetzt kommt ARK wieder ins Spiel, Alter. Kann man die nicht züchten, ey, fuck, Mann? Und irgendwann mutieren lassen? Oh Gott, waren das noch Zeiten. Junge, Marco Brennke, mach. Ja, ich weiß. Immer ist gut. Das war mein erster Gang hier in der Höllenküche, aber mit Sicherheit nicht der letzte. Da hast du ja recht. Ich hau mal gerade ein Gesundheitsbooster hier direkt in die Mitte und gönn mir. Aber da oben habt ihr den ja auch am Start. Kacke, das müssten wir vielleicht sogar mal auf Dauer absprechen, Alter. Kollege, bleib Fuß jetzt. Was machst du denn, ey? Ich wollte gerade sagen, ey, hunkilein. Bring mal da dich mit, ey. Der hat den verfickten Schwanz abgeschmackt. Ich muss weg, ich muss weg. Oh Gott, oh Gott. Und alle auch hier oben wieder am Looten, die Geier, Alter, ne? So wie er mit einem Messer da am Rumschnimmeln läuft. Das Schlimme ist, ich wollte da auch hin und denke, alle sind in der Arena. Keiner wird sehen, dass ich mir den Schwanz hole. Und dann sitzt er da schon wieder, ey. Hammer, okay. Der ist richtig am Kassieren, Freunde, der Sonne. Das macht Laune. Bäm, 162 wieder, gebrochene Teile. Und er tut mir schon richtig leid, die Sau. Boah, vergiftet. Na, was auch mal kann der Gift, Mann. Boah, ich hab meine Kampel durchbekommen. Im ersten Kampf ist mir das auch irgendwie nicht passiert. Und dann beim zweiten hat es mich unglaublich überrascht, ey. Vor allem, er hat den Schwanz auch ab, Alter. Was soll der Scheiß eigentlich? Ist immer so. Aber gut, ich stecke jetzt weg, ey. Er kann mit seinen Krallen, ich meine, er kann mit seinen Krallen auch irgendwie vergiften. Ja, muss auch irgendwie, Alter. Also, da scheint er wieder seinen kleinen Bruder zu langsam weg. Etwas überlegen, ich check jetzt ab hier. Den Schweizer an Staat zu bringen. Ja, ich habe hier zehn Stück immer. Ich weiß nur nicht, wie ich die an dich abgebe. Ah, nee, ich hab Kräutermedizin. Ich hab Kräutermedizin. So, du, Jürgen. Ah, ich liebe den Scheiß. Mann, du Hurensohn, ich komm zurück, Alter. Ich schwöre. Geht gar nicht. Oh, nochmal, nochmal, weil es so schön war. Du wirst mich nicht los, du Spaß, ey. Ich hab keine Ahnung, warum er jetzt hast du mich, aber jetzt hast du mich, aber sehr schön. Komm mit den Speer aktivieren eigentlich schon? Ja, ey, nein, schade, er wird perfekt liegen. Wo siehst du das eigentlich, Digga, ey? Es wird eh angezeigt an der Seite, abgezogen. Interessant. Boah, der Schädel muss eh gleich spalten. Irgendwas ist schon wieder gebrochen bei dem Vieh. Ja. Kopf Flügel oder auch raus. Wie wir da auch am Draufämmern sind, ist echt kein Wunder, Mann. Oh mein Gott. Der will mich, der hat nicht gerochen, Alter. Müsse. Interessant, was war das denn? Hunkylein mit seinen Special Tricks hier. Go, go, power, hunky. Jetzt wollte ich auf ihn drauf springen, wir jetzt wieder hoch. Oh, mittlerweile haben wir auch den Schalter hier unten am Start, Alter. Ne, der ist hier oben, der ist hier oben. Ach, irgendwie auch hier oben auch. Oh mein Gott, 837, ey, das fetzt, Mann, das fetzt, ey. Habt ihr mal eine Falle hingelegt hier unten? Ja. Ich hab ein paar Bomben am Bein. Oh yeah, mother fucker. Okay, ich bin kurz mal... Hat hier jemand so einen Heilungspiloten mal wieder vielleicht? Ja, hier, komm her, komm her. Cool, Jun. Machst du den da hin, Hunky, oder was treibst du da? Die Bomben. Ne, ich hab die Bomben gelebt jetzt. Alter, Schwede, du Bestie, Mann. Ey, ich geh mein Schwert schleifen. Richtig krass, richtig krass, ey. Yo, nicht vergib. Du Mist, Geburt, du riechst das wieder, ne? Fick dich, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hau meine Heilungsdinge auf den Boden. Wenn er mich denn mal lässt, die Drecksau. Direkt in the middle of the street hier. Alter, was ist das denn? Die Falle, oder was, Hang? Ich wollte nicht richtig mich zugesetzt, Alter. Wenn ich mal landen würde, würde scheißviech. Mann, es hat mich vergiftet, der Spast, ey. Lass mich in Ruhe, du Sau. Geh da nicht mehr runter, ey. Was ist das? Hammergeil. Ja, riecht das, Mann, unser kleiner Ratterlaus. Das ist eine ganz schön schlaue Sau, ey. Eisch. In die Fresse, du Spast, ey. Oh, fuck, Mann. Und ich stehe wieder in Flammen. Übertreib mal nicht, Digga. Beruhig dich mal. Kann mir mal einer eine reinhauen? Ey, das gibt's ja nicht. Das kannst du wirklich richtig gut. Richtig gut, geil. Scheiße, Mann. Schon wieder vergiftet. Entscheide dich doch mal. Du Bestie. Ey, der hat mich, ey, der hat mich. Krass, 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 krass. Ey, da ist eine Fresse. Ich muss mich heilen. Entgiften. Oh mein Gott. Okay, nein, was er macht mit mir hier. Komm, ich hau mir noch einen Trank rein. Jetzt auf Nummer sicher, der fällt eh gleich um. Und los geht's, ey. In your fucking face, Mann. Bam. Schade, schade, schade. Ganz knapp am Critical vorbei. Und es liegt. Und es liegt. Oh, 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 oh. Das arme Ding, Mann, ey. Hab Mitleid mit ihm. Wie er so, ey, wie er einfach nur weg uns schätzeln wird, ne? Hauptziel abgeschlossen. Fahrt zur Hölle, ey. Das war einfacher, als ich gedacht hätte, Mann. Der hat mich gestern so gestresst, der Hurensohn. Ja, scheiße. Ja, leider. Und alles wieder. Zack, 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 zack. Schlitz, 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 ey. Der wollte auch vom Verrecken, Nick. Der hätte nur nach unten gehen müssen wir mehr reingepallen, ey. Der ist auch die ganze Zeit drüber hergeflogen, die Sau, Alter. Der hat das gerochen, Alter. Kann gleich beim Diablo kannst du dir eine Fahrung noch mal probieren, weil der fliegt ja nicht so. Ist die denn jetzt auch verschwendet, Alter? Oder kannst du die wieder einsammeln? Ja, ich kann ihn zerstören, guck. Aber das gibt dir vielleicht noch ein paar Ressourcen dann wieder, oder was ist das Ende vom Lied? Nee, nee, ich glaube es nicht. Aber die ist ja sicherzustellen, das ist kein Problem. Richtig gut, Alter, wie wir den die Bjarne zerfickt haben, ey. Du siehst echt nicht gesehen. Die haben sie echt grafisch geil gemacht, die Monster. Ey, Hanni wird aufdringlich, Alter. Der möchte befummelt werden, so. Könntest du mal deine baggige Hand zwischen meine Beine schieben, ey. Ja, war doch ganz okay. Ja, absolut. Jetzt gehen wir uns Diablos holen, der ist noch eine Nummer ekliger. Mal gucken, wie das läuft. Du bist ja schon mit schlimmeren Vertretern unterwegs. Wenig bekommen, ey. Aber das ignorieren wir mal schwer. Das hat denn da eine Waffe für einen Schadenswert mittlerweile, Alter? Äh, normal Schaden 750 und, äh, Effekt Nummer 120 obendrauf. Was ist das für eine Affinität, ey? So, keine Ahnung, du musst gleich nachgucken. Ey, das Ding ist auch immer noch der Anjanas, auch wenn der Minus 30 Affinität hat oder Minus 20, ist immer noch besser als dein Ding, meine komische. Was, ey, apropos mit, was für eine Waffe bist du überhaupt unterwegs? Das ist ja noch die entscheidende Frage. Wie hielt so aus? Ja. Äh, Energieklinge. Alter, okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Die habe ich, glaube ich, auf 4,55 mit Anjanas, Alter. Ich habe jetzt mit meinem Großschwert verglichen, aber das sind ja... Alter. Ja, ja, ich weiß. Was ist denn das für ein Tuning? Wie heißt denn das, viel was dahinter steckt? Das ist, äh, Nagy Guns. Das ist der erste Elder Drachen. Ah, ja, ja, okay, 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 okay. Seltenstelle zu 7, also mir fehlt noch eins, nämlich auf 8. Krass. Du kannst auch schon komplett bis nach hinten, da gibt's keine, äh, in der Entwicklungs-Kacke-Balken mehr oder so, ne? Ne, ich bin bald, ich bin Ende jetzt, bis zum Ende. Aber die haben noch Platz gelassen, die könnten noch nachreichen. Ja, das ist wahrscheinlich dann Endgame-Kontent, der jetzt kommt, äh. Ich weiß nicht, dass ich da auch von jedem Ding was am Start habe, etc., pp., äh. Ich war erst mal darauf aus, jetzt den größtmöglichen Schaden irgendwie zusammenzukriegen. Und da ist immer noch das Anjanas-Großschwert die beste Wahl, äh. Aber man kann sich ja auch Sets in der Objekte, kann man gleich ein Set mitnehmen und dann ist es auch geil. Objektsets kann man nicht machen. Inwiefern, ey, dass die einen so ein komplettes Ding davor geben, ey? Ja, du drückst, wenn du, bevor du da wohl die Sachen ausstuchst, drückst du so Optionen und dann steht Objektsets. Dann mach ich mir jetzt jetzt, tu Sachen rein und dann kann ich die, wenn ich eine Mission starte, gleich schon, so wie Farben will, rein und dann einfach zusammen mit dem Set einmal anklicken und du hast den Scheiß wieder am Start, ne, ja, ja. Und machst du das bei Objekte verwalten, oder was, äh? Ja, wenn du Objekte verwalten und dann gleich mal Optionen drückst, dann siehst du das. Man kann ja noch den Optionsknopf, Alter, in den Einzelmini, meinst du, da bin ich irgendwann mal drauf gekommen? Interessant, ja. Mal gucken, was die Dame hier noch zu erzählen hat. Hey, du bist genau der Jäger, den ich gesucht habe. Ist das so, mein Schätzchen? Ich habe Arbeit an einem neuen Spezialwerkzeug, aber ich brauche Hilfe bei den Materialien. Was können wir denn hier ausheben? Kann ich dich überlegen? Hast du das gemacht mit Objektsets, Options, dann? Optionen, dann steht der Objektsets. Nee, du musst bei der Kiste stehen, du musst bei der Kiste stehen. Du musst auf deine Kiste gehen, du musst auf deine Kiste und dann auf Objekte gehen, wo du deine Ausrüstung ändern kannst. Und dann drückst du Optionen und dann hast du da Sets verwalten. Boah, Eminem, stimmt der wirklich, ist ja krank. Ich habe noch eine nette Mission für uns gleich, Alter, wenn wir den Diablos haben. Ach so, da kannst du den, das was du in dein Beutel hast, kannst du da abspeichern, so wie du das haben willst. Genau, so ist es gemeint. Also was du gerade in dem Moment dann auch drin hast, ne? Ja genau, also machst du dir oben deinen Beutel fertig, speicherst ab, dann kannst du das immer so mitnehmen. Die Rattalos Rüstung und Diablos. Ey, mal gucken, ob ich da vielleicht noch was kombiniere. Aber ich liebe meine Legadia Rüstung, ey, die sieht so scheiße geil aus. Ausrüstung verbessern. Ich muss jetzt mal doch gerade beim Großschwert hier schauen. Wenn ich da Rattalos mache, der hat echt Affinität, 10% und Anjanaz minus 30. Ich glaube, auf plus minus kommt der Rattalos dann doch besser weg. Ich habe Infinität, 20%. Hammer, Alter. Grün, ne? Also plus. Ja. Ja, ja. Muss man gerade rechnen, das sind ziemlich munder. Deswegen mache ich mir auch nicht vom Diablos die Eisklinge, weil da hätte ich minus 20 oder 30% Affinität. Interessant, ey. Ich glaube, ich gehe auf jeden Fall dann aufs Rattalos Schwert jetzt auf kurz oder lang. Das sieht auch mega geil einfach aus. Muss man ihm lassen. Das kann ich sogar mit meinem Pukepuky Schwert jetzt machen. Hammer, ich probiere den direkt jetzt hier im Kampf mal aus, ey. Ich bin gespannt. Benötigtes Material und 4000 Ocken. Also was die Tage... Wollt ich einen Kreischbeutel mit? Keine Ahnung. Der gräbt sich da nicht ein. Der wird sich da nicht eingraben, oder? Wird er sich da eingraben. Bestimmt. Oder? Also denke ich mal. Wisst ihr, was das Ding ist? Ich habe jetzt den Rattalos, Alter, erste Stufe geschmiedet. Für die zweite habe ich alles am Start bis auf Flammenbeutel. Da ist aber kein Plus dran, nix. Das Bild sieht aus wie der standardmäßige Flammenbeutel, ist aber Fragezeit. Flammenbeutel kriegst du auch vom Rattalos, Rattia oder Anjanaz. Ich weiß, aber das Ding ist, das muss irgendwie so ein Plus-Flammenbeutel sein, weil der immer sieht auch so steil aus. Genau das würde dann jetzt auch mein nächster Weg sein, sobald er morgen mal den Endboss hier geplättet. Aber gut, habt ihr die Mission schon auf? Ich bin jetzt an der Tafel hier angekommen. Cool. Ne, ich freue mich auf die Rattalos-Klinge, die nach der kommt, die ich mir jetzt gerade mache, weil die sieht ja nicht richtig pervers aus. Du hast schon die erste Stufe, du Drecksau. Die hat auch nochmal eine andere Optik, oder was? Ey, das ist ja geil. Rattalos-Klinge 1 habe ich schon. Jetzt muss ich zwei machen und danach kommt die Exilon-Klinge. Ja, ja, genau meine ich ja. Ist aber auf demselben Vieh sozusagen, trotzdem Skin-Enderung. Ja, ja, also ich brauche davon, aber da brauche ich dann nur Plus-Sachen. Also alle Side-Ride-Teile von den Rattalos-Viehen. Hallo ja, nur ihr Terroristen. Richtig gut, richtig gut. Mir fehlt aber jetzt hier auch nur ein Höllenbeutel. Dann kann ich die auch schon wieder schmieden. Ich bin auch bereit, soweit. Da müssen wir uns auch nochmal, alter, einen kleinen Spezi-Talk geben, Hank. Ey, was diese ganzen Fallen und etc. angeht. Du hast ja auch immer geilen Scheiß dabei. Oh, oh, Höhen. Da muss ich mich auch anhören. Ey, Sebastian. Bitte? Bist du soweit? Achso, ja, mir nicht. Sorry. Ich starte nochmal die Rakete und dann können wir auch die Mission hier starten, ne? Sehr schön. Und jetzt habe ich noch eine Mission bei der Dame hier klar gefahren, alter. Dann kriege ich auch wohl irgendwie ein neues Gadget an den Start. Da müsste man den Rattalos und einen Rattian im dunklen Wald zerficken. Auch wenn er da gleich noch Bock drauf hat. Cool. Das habe ich auch noch angeschlagen. So, Seilbahn, ey, das hat auch so einen Style, wie man hier rüberrauscht. Ende vom Lied ist, habt ihr auch die Seilbahn im Korallenteil da freigeschaltet. Ich habe sie selbst noch nicht angeguckt, aber ich habe die jetzt Mission da fertig für gemacht. Dafür muss man den Schiffsingenieur in der Flotte 3, ey, genau, Basti ist genauso psycho wie ich, der rennt, der rennt auch einfach direkt drauf, Alter, läuft, ey. Der muss, ne? Ich bin da auch viel zu ADS-mäßig unterwegs, keine Zeit mehr noch ein Braten in den Ofen schieben. Hier sind sogar Schrei-Krappsel, äh, Schrei-Krappsel, Kapseln drin, Schrei-Krappsel. Auf dich komme ich auch echt nicht klar, meine Lose. Ich habe hier direkt auch ein Gesundheitsding hin, äh, leck mich am Arsch. Und dann kann er ruhig mal hier drinne mit uns ein bisschen battleen. Okay, immer mit der Ruhe, er ist auch so fix, der Ruhe, den Sohn. Fuck, Mann, was war das denn für eine Nummer? Ich komme nicht auf das Springen im Rennen klar. Ich bin immer wie so ein kleines Mädchen auf den Maul. Oh yeah, motherfucker. Ich bin ja schon raus aus der Kombo, beruhig dich, Mann. Hey, guck mal, der ist da oben rausgesprungen, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hauptsache durch den Boden am Schießen hier. Läuft bei ihm. Also, der schöne Stockton, Mann, Alter. Gibt es zu dem eine Dröhnung, oder was? Ja, also auch Bombe. Alter, Mann, wie das Ding hier durch die Arena. Oh, ey, fuck off, Mann. Hat einer einen Heilungsbrunnen am Start. Ich glaube, den könnten wir alle gebrauchen. Oh, Gott. Ich bin schon wieder am Hächeln, hier. Ich bin benebe. Was wird dir auszauern, ich brauche. Fuck, ich bin gleich im Arsch, Alter. Ich muss mir wohl mega traurig können. Oh, ja, auch. Okay, läuft. Und wieder drauf auf das Ding. Guck mal, mitten in die Fresse. Komm schon, Baby. Alter, ey, was ne Fratze auch, du Missgeburt. Ey, wir können die Steine, wir können die Steine loswerfen. Ich wollte gerade sagen, Alter. Lockt ihn noch nicht, noch nicht. Oh, schade, der rauscht da nur kurz drunter. Alles cool. Der ist auch fix, Mann, das Riesending. Und noch mal auf den Schwanz gehackt. Fuck off, Alter. Hammergut, ey. Der hat gesessen schon wieder und das war nur der Run. Komm, hau mal einer. Ja, ist ne Ansage auf jeden Fall. Ich hab hier ganz schön mega traurig verschleißen. Danke schön. Guck und der chillt sich auch direkt da mit reinläuft. Auch alle hier relativ. Ich unthang die, Alter, in der Riesenschwert-Kombo. Ja. Sie mit der Lichtklinge. Und was hast du eigentlich am Start? Auch Kai, auf jeden Fall. Okay, schnell noch mal in das Heilungsding. Der ist eh im Arsch. Kann man währenddessen noch ein bisschen hacken. Nein, so, come on, ey. Liegt denn einmal noch die dicke Kombo bei dir durch? Fuck off, ich bin grad noch weggekommen. Sehr schön. Und in den Heilungsbrunnen reingekickt, Alter. So macht das doch Laune, Mann. Lange ich mich nicht hier so um die Energie am Stressen sein muss. Uh, direkt an die Birne der Hohensohn jedes Mal nur den Stein am Treffen, ey. Oh, fuck, Mann. Schade, dass die Dinger nicht draußen sind. Könnte man jetzt so schön reindrücken, ey. Und ich stehe hier schon wieder besoffen in der Pampa rum, ey. Ich kriege einen Anfall. Oh, ich aber auch. Ich hau ein Heilungsding wieder in die Mitte. Nicht jetzt, Kollege. Oh, lol. Alter, Hank, ich musste der will nicht, ey. Oh, alles cool. Oh, gebrochen, irgendwas. Nice, nice. Au. Oh, fuck, ey. Oh, der kommt jetzt direkt hier bei uns. Oh, ich muss weg. Oh, nicht schlecht, der ist geil. Das ist ein Schwein, Alter. Ja, aber er hat mich nicht getroffen, die. Das nervt so ab, der seinen Run nach vorne. Ne, bleib doch mal stehen, du Spaß, ey. Unglaublich. Denkt an den Heilungsbrunnen, der ist gleich weg, nimmt noch mit, was geht davon. Er hängt im Boden, die kleine Wiese, Sau. Er fährt jetzt wirklich durch die Kreis-Tapsel. Ah, interessant. Und der 58er-Hunkylein mich nochmal am durch die Gegend schleudern, aber nicht verkehrt. Okay, Hammer. Der ist mir direkt unter den Füßen raus, aber irgendwie habe ich keinen Schaden. Glück, nicht Glück gehabt. Ja, Kreiskapsel. Oh, yeah, motherfucker. 108 umgehauen, du Hurtsohn. Ja, mach den Schwanz. Okay. Der hat auch Teile liegen gelassen. Ja. Was sind Teile? Weißes Krimskrams am Boden. Aua. Was ist denn ein Heilungsbrunnen? Ich höre es sogar, glaube ich. Nein! Okay, ich muss wohl, glaube ich, mal wieder zu den eigenen Tränken greifen. Sehr schön, weiter geht's im Programm. Oh, ich bin schon wieder am Ausbluten, was die Ausdauer angeht. Oh, yeah, motherfucker. Und er geht wieder down under, leck mich. Ey, hier nochmal am Schwanz abgefreien und fick dich. Ah ja, scheiße, zu spät. Sobald er unten ist, werfen, auf die Stelle. Hammer, der Schwanz ist ab, Alter, läuft. Mein Hieb. Jetzt wird ein Korn an den Flügel, wenigstens, ey. Alter, und was für ein Monster von Schwanz, ey. Wahnsinn. Ey, bitte, fick dich, Diablos. Ich hab dich aber noch gelootet, du Drecksau. Ich wusste es, ey. Altes Misskind. Mein Brunnen ist sofort fettig, Alter. Ich werde mich jetzt nicht heilen. Nicht sicher? Oh, Mann. Komm schon an den Start, Baby. Wir können den aufspießen. Nice, Sega. Und noch mal auf die Birne drauf. Jetzt sie... Richtig gut. Jetzt will er mich schon wieder... Der Dorn am Kopf ist auch schon zerfickt. Ey, ich hau ein Ding ins Brunnen hier jetzt raus, ey. Ja, mach mal. Hui. Jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen da drauf. Oh, yeah, motherfucker. Ey, ich hab's ja gar nicht mitbekommen. Hab ich den gesorgt noch an Sprecheln? Gib ihn dir, ey, fuck. Vom Kombo-Finnisch ablend er mich wieder um, ey. Tatsache, richtig gut, Hanky. Kriege ich was vom Brunnen ab? Tatsache, sehr schön. Was blitzt mich denn da so an? Hammer. Hammer! Hank, auch nicht schlecht. Mal wieder in die Luft gehoben. Oder für mich. Nee, ich glaube, das war ich dieses Mal. Das war ich, glaube ich, diesmal. Hatte Style wieder. Und komm schon, Baby, hau mir doch nicht ab, ey. Kommst ein bisschen zu spät wieder an. Da habe ich meinen Salter schon geschlagen. Was macht die Rauchbomber eigentlich? Die sieht so sinnlos aus. Die kann die Sicht versperren. Okay, komm, ein Megatrank noch, wenn man sich's gönnt, dann holt. Beim verfickten Diabolos, du Hurensohn, Mann. Er riecht's auch immer, ey. Ich muss weg hier. Ich bin bewusstlos wieder, oder was? Come on, Mann! Come on! No! Ich liebe dich. Hauptziel zerfickt, Alter. Sehr schön. Das war jetzt ja ein Witz, ey. Zumindest das Ende kam etwas überraschend. Aber nice, ey. Looten wir das Schwein. Kannst du den eigentlich hier auch genauso wieder einfangen und dann auf ewig in der Arena zerpicken? Weißt du, ob man die einfallen kann? Keine Ahnung. Komm, gönnen wir uns ein bisschen Feuerei hier. So, Kollegas, ich würd sagen, genau, mit dem kleinen Finger weggeflickt. Jupp. Auf jeden Fall. Das läuft. Macht das Schaden eigentlich? Nein, ne? Das sprengt nur weg wie der Schlachter. Man sieht sich, Hunky. Das war doch ein nicer Finisher. Dann gehen wir, glaube ich, jetzt nochmal in diese komische Mission über. Ich bin gespannt. Die Gadgets kann man nicht parallel irgendwie zwei, drei haben. Da muss man immer sich für dies eine entscheiden. Ich werd wahrscheinlich niemals von meinem Heilungsbrunnen wegkommen. Von daher ist das eh relativ. Meine Fresse, da war aber auch wieder abgestaucht, Alter. Echt? Oh, neuer Rekord. Neuer Rekord. Größter Diablo. Tatsache, ich auch. Ich hab guter eine voll, ey. 2138. Scheiß. Richtig gut, ey. Dabei kann der eigentlich nicht größer sein wie den, den wir in der Wüste geplättet haben, aber vielleicht haben wir den gut gemästet in der Zeit, ne? Läuft. Haben wir den Anjanas zum Feras vorgeworfen. Aber ja. Netter Breakout hier. Wir bereiten uns auf die nächste Mission, glaube ich, vor. Dann over and out. Dann over and out. Untertitelung des ZDF, 2020